hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge von hexus heute am start ist wie das letzte mal auch schon und es tut mir immer noch leid dass ich dich umgebracht habe und ich bin auch wieder am start ja ich bin auf dem server du bist drauf okay das ist mal wieder das typische anfangsklägen sobald muss erstmal drauf kommt ja ich habe schön alles entleert das hat sich jetzt falsch angehört oder es geht war nicht geplant ist auch nicht irgendwie nicht irgendwie lustig sollen wir so wie losgleich ich entschauen bloß noch mal kurz meine rüstung ach ja die sache mit dem essen ich meine noch so natur braucht man bzw wir warum funktioniert meine map nicht das ist eine gute frage funktioniert deine ja okay bei mir zeigt sie nur schwarz an das ist gar nicht so gut egal warum fließt hier das wasser nicht das ist auch eine interessante frage hier ist so ein block leer ich weiß es nicht wo es war du dürftest aber noch auf der map meine map ist immer noch einfach nur schwarz kann er kriegt man es in der map angezeigt ja wenn du m drückst nein weil wenn du m drückst dann siehst du ja wo es ist ach so ja stimmt ja gut macht sinn oder sind schokobus da hinten sind schokobus ja ich glaube aber ich würde jetzt noch erst mal ein bisschen dass wir die grundsachen haben genau diesmal stimmen wir uns ab wir rennen wir bleiben nicht an der tür stehen bzw wenn einer an der tür stehen bleibt sagt er dessen dann hätte der andere nicht okay nicht dass wir uns sonst noch mal gegenseitig töten weil das wäre schade wir gar nicht so praktisch ja nachher jetzt brauchst du erst mal wieder bis wir dort sind ich würde links lang ist das so links außenrum oh dias ich habe silktouch silktouch war vielleicht nicht unbedingt die beste idee aber hey ja sollte ich auch drauf tun anstatt silktouch aber man kann es ja zurückentscheiden ja warte oh und ich muss mal ganz kurz oder ich habe mir zwar das getreide mitgenommen aber schlauerweise kein brot draus gemacht das ist peinlich warte wo ist dieses ding warum tut es nicht ich finde es immer noch du bist du da du musst mich führen alter da lang hat er läuft du vor okay das unser zerstörter tower glaube ich oder kann sein ja ja da sind wir gerade aber genau und hier ist es hier ist es ein portal da was mich gewundert hat wo rechts ach da oh ja ja sieht nach irgendeinem bauwerk aus ja von der welt aus ja kurz was essen ach ja immer diese zeit die man braucht um irgendwo hinzulaufen aber da ist es ja schon vorsicht wenn man eine tiefrüstung hat dann wird es besser oh guck mal was ich hier hab oh dankeschön apropos tieflustern wo wir schon da ja und hier noch irgendwo deine da war was ne ich geh hier runter oh nice jetzt wird es nacht gut dass ich fackeln dabei habe beziehungsweise glaube ich sogar gefunden habe kommst du ja ich muss mich erstmal irgendwo durchbauen hilfe dann probiere ich währenddessen oh stimmt auf welcher seite waren der eingang der war da hinten ne ja hier wo du meinen namen hüpfen siehst du kannst du dich einfach rein baue ich einfach schnell rein ne sonst warte nein hier hier ist nichts hier ist nichts komm hallo hier hallo zurück lauf einfach schnell zurück ich bin schon am eingang jetzt hii und es hat das sneaken endlich mal gespeichert guck ich hab die hier frei gebuddelt und hoch jetzt können wir natürlich hier war noch eine dia spitzhacke von dir da oben sind wir gewesen oder ich muss mal schnell was essen der creeper zieht gut was ab ja und da oben waren wir weil da ist hier noch was zu essen irgendwo ich brauch noch ne ich brauch nicht weil ich hab ich hab nur halbes leben da ah cool danke ich hab hier immer ein bisschen zeug hingeschmissen wo ich der meinung war du brauchst es nicht ah hier ist neun weed drin vorsicht ich stehe in der tür ja die finde ich ach so warte ja wenn du hexus allein spielst ist es unnötig ach du die schwerter machen gut was an schaden die schwerter machen gut was an schaden vor allem eigentlich machen die nicht so viel schaden aber durch dieses kostenlose verzauber sind diese dinge halt einfach so op wie diese schwerter oh nice oh enderman mit dem ich mich eigentlich gerade gar nicht ach boah will ich mich mit dem anlegen na gut doch wenn er brennt haut er eh ab ich bin mehr oder weniger hinter dir und ich hab kobalt gefunden kobalt ist ziemlich gut um dann zeug mit hirnkos konstrukt zu machen aber rapier ist verboten scheiß auf die zombies vorsichtig nehmen weißt du was ich gut finde du loot ist die kisten gar nicht finde ich sehr positiv nicht reinlaufen in die zombies ach seit wann bekommt man nie da ich glaube hier ist nicht seit wann man ein ding bekommt ne das kann nicht oh du hast ihn warte ich kill die nice der war gerade auf mich getriggert und stand einfach die ganze zeit gechillt das ist halt ja aber ich glaube in der neueren minecraft version ist es dann so dass sie dass dieses auf jemanden getriggert sein dass sie sich auch umtriggern oder wie man das auch immer nennt okay wissen wir im boss naja 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 ich bin ja da hinten grad noch am suchen und hoch jetzt müssen wir gucken dass wir uns gehen da oben oder was oh warte hier sind aber davor noch ein bogenschütze und den kümmer ich mich und du kümmerst dich anscheinend schon oh ja komm wir kloppen den spammen hä ist der bei dir auch gerade im boden versunken ja vor allem der hittet uns einfach nicht mal ich loot mal die kiste aber der braucht immer so ne halbe stunde bis der einmal zu hinter den der beste boss ja ich seh gar nicht mehr wie viel leben der hat ich auch das braucht immer ein bisschen ach der ist grad auf mich fokust ja ja der haut immer ab weg aber das braucht jetzt wieder ne halbe stunde bis er wieder zuhaut ja ok also viel haltbarkeit haben die dinger nicht die schwerter ne tatsächlich nicht aber du kannst dir ja jederzeit wieder umsonst neu machen ja du brauchst nur genug freezer ride ich kümmere mich immer um die zombies die von hinten kommen oh sind da noch zombies wo ja die kommen ab und zu mal welche zäsen oh ich muss etwas essen kurz ja dem seine rüstung ist eh am arsch ha ich habts zeug warte nein was gab's walkersword ah damit kannst du dich durch Wände teleportieren ha 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 nein ich kann mich insgesamt teleportieren das auch was ziemlich nice ist und die aus so gehen wir gleich weiter aber dann haben wir ja ich bin vor ihr draußen klappt es hier auch ja es klappt sogar f3 es klappt es ganz praktisch dass es klappt jetzt weiß ich immerhin wie viel kommst du du brauchst immer so lange ich muss mal gucken was ich wegschmeißen kann ich schwimme hier schon mal draußen hoch sorry ach ja ich mag das schwert und es gibt resistance alter sind einfach vier endermen die ja jetzt kill die wenn wir ja warum nicht tag gut dass ich plot auf meine rüstung habe ich habe dich gerade von der spinne gerettet bitte bitte gerne warum ist er auf mich aggro der elefant ich weiß es nicht wo bist du hier hinter dir hallo warte äh soll wir mal hier nach irgendwo schauen warte da 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 oh da hinten ist ein tower der nach unten geht und die tower die nach unten gehen ich glaube das ist sogar der richtige die sind krank op krank op da findest du einfach rüstungsteile von diesen op rüstungen drin ja aber die sind auch manchmal relativ hart zu geht ich habe fünf enderpears bekommen durch eine kiste ich habe fünf enderpears und eine kiste ja wir müssen runter denn ja dank dir ach stimmt ja auch vergiftet gut dass mir das zu früh auffällt beziehungsweise gut dass ich so früh realisieren mach mal bitte ich habe das gefühl ich verreckt oh mein gott es war gerade oh mein gott es war gerade die rettung oh mein gott es war gerade rettung in letzter sekunde habe ich das gefühl mich selbst habe ich gerade gerettet habe ich das gefühl oh mein gott nein 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 ich habe das gefühl ich verreckt das bringt bringt ich mir erst mal in sicherheit ja wie einfach irgendwo auf ein höheres stockwerk stellen nein eben nicht ich habe mich weg teleportiert was im nachhinein keine so gute aber warte ich kann mich einbauen ich depp ja das wäre ich weiß wie man wie viel geht ah ein rucksack ist ganz gut ok ok das war knapp ich hatte ein halbes herz und dann waren da spinnen und ein skelett oh scheiße ist eine boss spinne ist gar nicht so cool warte ich baue mich mal zu dir lol da ist ein xp busch die dinger sind op also die dinger sind gut op ist was anderes aber die dinger sind durchaus nice aber warte chill mal bleib mal kurz am besten genau da wo du gerade bist warte ich hab die jetzt gefunden dann bau die ab ich baue hier gerade runter weil das problem ist dass da wegen so ner höhle ähm ja in der ich bin war nicht die dungeon weiter geht deshalb ja ich weiß ich weiß ich weiß boah nice 13 dias gefunden ach shit die dinger ja bist du drin im ding im dungeon warte gleich ja bin ich und da ist ne scheiß spinne die ganzen kinder spinnen alle zu machen ah diese scheiß spinnen ja obwohl das ganz praktisch hier mit dem wasser oh oh ich glaub wir müssen äh schnell raus ne warum weil die zeit um ist echt scho oh ja stimmt ja warte schnell ich hab von ner kleinen spinne getötet ja dann ganz so gut bei ner färzen und vergiftet so ich log mich aus so ich hab mich eingebaut ich mich auch ich hab mich ausgeloggt so tschüss easy so äh dann tschau und bis zur nächsten Folge mit die mit